Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ...und die Räder sind, die wir hier haben. Jetzt ist die Räder, die wir hier haben. Die Räder sind dann die Räder. Die Räder sind dann auch schon in der Räder. Die Räder sind dann auch schon in der Räder. Das war schon ein bisschen bei einer Top-Zeit von 37.8.7. Das hat die Stabilität bei mir. Hohohoh Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Letzter Römerwagen gestartet ist die Petterby Kröser-Laufen. Jetzt wird es sich mit der Schnellenzeit. Letzter Römerwagen gestartet ist die Petterby Kröser-Laufen. Hier ist genau eine kleine Brücke und ich habe noch eine Brülle anziehen. Das wäre mir freundlich. Hier ist die Römerwagen gestartet. Vorgestattet ist... Wir sind immer noch ein paar Tage. Als letztes war es ein paar Pfeile unter 10. Das ist der erste, der 10. und der 2. 10. oder der Schluss. Das ist der erste. Das war's für heute. Das war's für heute. 3.3.2. auf den Kilo 86C 2,4 3,5 4,5 6,7 5,7 6,8 7,8 7,9 8,9 8,9 Die Zeit wird überpressen, wie ein Fahrzeug unterstanden ist. Die Zeit ist 38 Sekunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. 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 Das war's.